So, damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, das habe ich nämlich vergessen, zu sagen, zu anfangen und die nachfolgenden Szenen werden einfach ein bisschen zusammengeschnitten, bis wieder eine vernünftige Fahrt kommt. Ja, viel Spaß. Kommt mir einer entgegen, ich hupe, er erzählt mir erstmal irgendwas auf Polnisch. Alter, anstatt dass die alle mal checken, dass Englisch die Hauptsprache für sowas ist. Handelssprache, ne? Ja, ist halt wirklich so, ey. Genauso wie Spanisch und Französisch. Ah. Ja. Soll irgendwie einleuchten? Nee. Spanisch ist eine Handelssprache. Ja, aber die Weltsprache ist... Ja, aber eine Handelssprache ist Spanien. Hä? Amerikanisch, oder nicht? Ja, es gibt auch mehrere Handelssprachen. Also, ich finde ja Amerikanisch geil. Ich kann ja tatsächlich auch Amerikanisch fließend sprechen. Ist das so? Also, Englisch nicht so, aber Amerikanisch tatsächlich. Was ist denn Amerikanisch? Hä, das ist doch eine eigene Sprache. Ja, aber sehr Englisch passiert. Ach, Joschka labert Müll. Nein, es gibt, es gibt... Ja, natürlich gibt es Englisch US und Englisch EN, das ist ja das Ding. Aber Joschka ist halt Bullshit labering. Bullshit labering. Das heißt nicht Englisch EN, sondern Englisch UK. Ja, hast ja recht. Uki hast ja recht. I ain't your mama. Antelle Niedersachsen ist aber auch echt wieder hier. Ob ist das Intro eigentlich immer so leise und man... ... die Ohren nicht weg oder so? Ja, du kannst Escape drücken und dann überkriegst du das easy. Ich muss dich immer mal eine E-Mail eingeben. Nein, du musst nur einmal dein E-Mail und einmal dein Passwort eingeben und dann bist du unten auf Re-Mail. Ja, ich kann auch gleich sein Ding. Du kannst ja auf Speichern... ... und den Haken machen, Janus. Weißt du? Remember me. Ja, genau. Und dann einfach anmelden mit deinem... Was steht hier? Non oder sowas? Ja, du gehst auf EUROP 1 und dann Simulation. Bei Serverauswahl. Janus? Ja, warte. I'm looking all day. I ain't your mama. Janus? Ich hör mal oben auf. Ich hör mal oben auf. Ja, was für falsches Passwort. Janus, du musst den Multiplayern, nicht das, was du gerade hingemacht hast. Nicht das World of Trucks. Ja, ich weiß. Ah, da hat man ihn doch. Oh, jetzt muss ich jetzt was. Ein bisschen leiser, wa? Boah. Hauptsache ich höre sein Intro. Ich höre das auch. Ja, du musst das Spiel leiser machen. Nein. Quatsch. Redet mal. Hallo. Hallo. Okay. Also das ist so meine normale Lautstärke. Wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde, dann wäre das natürlich eine andere Lautstärke. Das wäre dann ungefähr diesel Lautstärke. Ist das okay oder ist das zu viel? Nee, das ist gut. Okay. Äh, ich möchte jetzt mit euch zusammen fahren. Wie mache ich das? Janus, du gehst jetzt, bist jetzt auf welchem... Arbeitsagentur, Arbeitsagentur. Nee. Janus, warte doch erstmal ab. Hören wir eben zu. So, du hast dich jetzt angemeldet. Richtig. Dann gehst du bei deinem Profil mal auf dieses World of Trucks verbinden. Also gehst du nochmal auf Profile. Wo? Du kannst auf Profile und wo du dein Profil auswählst und so. Ach, Profile. Jajajaja, richtig. So, und dann... Ich möchte sagen, Profil wirklich verlassen, der Vorschrift wird automatisch. Ja, genau. Und dann gehst du auf bearbeiten, wenn du dann da bist. Ja, bearbeiten. So, und dann kannst du dein Online-Konto verwenden. Jetzt registrieren. Nee. Äh, nee, anmelden. Online-Konto. Ach, anwenden. Ja. Nee, warte, dann bin ich wieder auf dem gleichen Level da. Du kannst Online-Konto und dann, äh... Ich mach jetzt bearbeiten. Ja, genau. Ja, jetzt bearbeite ich ja meinen Dings. Ja, und dann bist du doch... Dann kannst du dein Online-Konto eingeben. World of Trucks oder sowas. Guck mal bitte hin. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da hingucken kann, aber ich versuch's mal. Jetzt guck doch mal. Silas. Hey, ja, hier. Ja, und dann? Da gibst du jetzt die E-Mail ein, die du hast. Also für das, ähm... Ja, hier haben wir es 02 hat gmx.de. Ja, 02 fehlt noch. Pfeiltasten. Und da drunter, das, was du gerade eben gemacht hast, dieses World of Trucks, ist das. Ja, was hast du da für eine? Geil, ne? Du kannst Passwort zeigen und Passwort merken. Und dann anwenden. Ja, und jetzt bist du online verbunden. Diesen Globus hattest du vorher nicht, richtig? Richtig. So, dann geh mal Doppelklick auf Giftnippel. Ja. So, er melde dich jetzt online an, halt. So, dann verbinden. Verbinden. So, okay. Ja, so, dann, ähm, mach mal, schließt das mal. Ja, bitte nicht meine Sachen steuern, danke schön. Nee, das war außer sehen. Nee, nee, nee. Sollte ich geben, raus, dann reicht das nicht mehr. So, und dann, äh, schließt das mal. Alter, hier sieht ja Männer aus. Ja, jetzt. Und dann geh mal auf, ähm, und... Und dann auf, äh, Firmenmanager. Und dann Garagen. Lkw-Manager meine ich. Und, ne, Lkw-Manager. Äh, nee, wieder Garage-Manager, sorry. Och, wacke. Und dann gehen wir auf Bremen. Da einmal oben draufklicken. Und dann Schnellreise, da unten rechts. Und rechts. Und rechts. Und rechts, 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 rechts. Ja. So, und dann... Und dann... ...gehst du einfach auf fahren. Und, äh... Joschka, du bist auch gleich fertig, oder? Ich bin jetzt fertig. Ja, warte, dann geh ich auch eben. Dann lassen wir uns nach Bremen teleportieren. Dann sind wir auch da... Bremen treffen? Ja. So, ähm... Ich komm sofort. Ich repariere nur eh meinen Lkw. So, ja. Weil hier ist ein Scania-Händler. Dann kann ich beim Scania-Vertragshändler mal einen Service machen. Dann hat der weniger Wertverlust. Äh, ach, dann nimmt einer auf. Nein. Okay, nicht. Da steht aber RECK. Janus? Steht bei dir oben rechts so irgendwas? Äh, in Q oder so? Oder steht da nichts? Da steht auch nichts. Okay, Janus? Wo stehst du? Ich stehe auf so einem Parkplatz. Stehst du auf dem... Ich fahr mal zur Werkstatt. Ich fahr mal zur Garage. Ah ja, ich seh dich. Janus, hier, ich stehe hier neben dir. Ich bin der Grüner. Nein, ja, du bist der grüne Punkt. Ich hab gerade gehooft. Janus, wir fahren mal beide zur... Werkstatt. Fahr mal hinter mir. Ach so, ja, ich fahr gleich. Ich fahr. Warte, ich fahr eben zu dir. Aber Achtung, ne? You're coming from the server. Reason not in there. Ach so, du musst dein Licht anmachen. Ja, ich fahr gleich. Wie dat denn? Ist halt so. Ähm, drück nochmal Escape. Und dann musst du einmal beenden. Also, äh, den FS, äh, den ETS-Fall ganz beenden. Ups. Janus? Wieso? Du blöd der Ende. Weil du, ähm, sonst nicht auf den Server kommst. Zumindest nicht meines Wissens nach. Hm. Ich werde erst mal gucken, wie ich mein Licht anmachen kann. Mit L. Oder F4 drücken, dann kannst du alles einzeln anmachen. Ja. Oder du drückst zweimal... Oder du drückst zweimal L. Ja, das ist aber so Fernlicht, du, das ist auch normale Pflicht. Fernlicht ist, wenn... Wenn so ein blaues Licht da dran ist bei dir. Ne. Ne, ich hab hier ja zwei Helligkeitsstufen oder was das hat. So, jetzt mal alle, alle hier hergehört. Lass uns was machen. Offline, warum bin ich offline? Faktorof. Janus, wie gesagt, du musst den, äh, FS, äh, den ETS-Fall einmal ganz beenden. Oh, schnarche. Fabio, zelonekul. Fabio, zelonekul. Hey, was macht er hier, Alter? Er versucht, meinem Scheiß-Auflieger hier zu wenden. Und hat... Alter... Siehst du das? Silas, muss ich jetzt, äh, Truckers MP öffnen? Ja. Alter, ist das dumm, jetzt hat er seinen Auftrag beendet und jetzt ist der Auflieger weg und jetzt hat er sich da im Beet festgebacken. Geil. Was? Wo? Der Typ hier, aber jetzt ist der Typ ganz weg. Ach. Hm. Was, wo bist du denn? Ah, da hinten. Du fährst bei mir im Beet rum. Ja, bin ich auch, ich hab grad gewendet. Ach so, okay. Hä, wie, man kann ins Beet? Junge dickste LKW, oder wa? Nein! Entschuldigung. Was ist? Ich weiß, ob das funktioniert hat. Fing dich, Alter. Was denn? Hey, Jan, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, Jonah hat was gemacht, was richtig geil ist, Alter. Was denn? Jonah hat diesen, diesen Böller, den ich dir gezeigt hab, hat ihn auf einer Rakete gemacht. Das ist gleich ein Knalleffekt, nur auf einer Rakete von den Raketenkörpern, die wir nicht mehr brauchen. Gott, ey. Baut euch nicht der irgendwelche Fals in Zermain. Nee, das machen wir nicht. Nee. Pass bloß mal dem Kack auf, echt. Ja, Silas, echt. Ja, sonst musst du am Ende auch so eine Mundmus benutzen, das ist echt nervig. So, was jetzt? Äh, jetzt verbindest du dich einfach so ganz normal, wie du das gerade eben auch gemacht hast. Achso. Anmeldung erfolgt, bitte warten hier. Nein. Warte, jetzt. Achso. Äh, wie kann ich nochmal nach Bremen, Bremen, Bremen? Nee, einfach nur so, du brauchst einfach nur fahren, du bist schon hier. Fahren. Und dann L drücken. Also, dass du Licht anhast. Auch bei Tag? Ja. Du musst immer Licht einfahren haben. Achso. Ach, warte, einen Moment. J ist Fernlicht, L ist Normal. Gerade eben hatte ich zwei Lichtstufen. Ja, du kannst... Drück doch, drück mal F4. Ja. F4. So, und da kannst du jetzt machen, dass du Standlicht und Abblendlicht anhast. Abblendlicht ist gut, aber Standlicht will ich nicht. Ich bin nur... Du musst beides anhaben. Ja. Achso. Beides außer Fernlicht und Rundumleuchte brauchst du. Ich bin nur Hof. Okay. Ich bin nur noch Klein.